Die sind da. Ach, na auf euch ist Verlass. Ihr wolltet uns doch vom Bahnhof abholen. Aber Mutter, woher sollten wir denn Wissen warnen? Opa hat euch doch schon letzte Woche eine Karte geschickt. Karte? Oh, Großeltern einfach so am Bahnhof stehen zu lassen. Das ganze Aroma der neuen Krönung. Die schönste Art verwöhnt zu werden. Mh, es gibt ja doch noch jemanden, der an uns denkt. Jetzt lasst euch mal verwöhnen. Mh, das ist ein Aroma. Da ist ja die Karte. Das ganze Aroma der neuen Krönung. Die schönste Art verwöhnt zu werden. Von Jakobs Café. Wunderbar. Das ganze Aroma der neuen Krönung. Ich bin ja die Karte. Das ganze Aroma der neuen Krönung.